Mein Traum ist es, einmal in einem von den zwei Autos zu sitzen, wenn sie nicht anders ausschauen bis dahin. Entweder in Heidfelds oder in Kubizas Auto. Einen schlimmen Unfall hatte ich noch nicht. Letzten Sonntag war ein schlimmer Unfall. Da haben einem die Bremsen ausgesetzt und der ist dann mit 75, 75 wären es schon gewesen sein, voll in die Dinge kracht. Der hat sich den Fuß gebrochen. Aber echt Respekt an die Feuerwehr, die war in fünf, sechs Minuten da. Mir macht selber das Karchfahren so Spaß, weil man da einfach schnell ist und alle überholen kann. Und auch bei Rennen mitmachen kann, genau wie es die großen Formel-1-Fahrer machen.